das ist kalt ich hab mich durchgegläht ich hab mich durchgegläht so, die Sachen liegen jetzt alle Ey, Uwe, du hast Gleit, du hast über dich Gleitgeld geschüttet und bist durchgeflutscht Ja Leute, die Sachen liegen da Welche Sachen? Habt ihr gehört? Welche Sachen? Was? Welche Sachen? Nein, nein, nein Noch mehr Stuff, nein, ich nehm's, ich nehm's, ich nehm's, ich nehm's, doch Bin doch schon Ey, Co, wir müssen jetzt irgendwie uns überlegen, wie wir diese scheiß Holzteile in den Kisten packen sollen In jeder Etage Ach so, ich hätte eigentlich ne gute Idee, Oliver, Iron Ore Oh Alter, hat Lucky viel Shit dabei, ne? Es ist ab, normal Ich sag mal, hört alles erst an Gott, du machst so voll viel Shit dabei Genau wie Big Smokes geiler Mutti, Alter Echt, sieht geil aus Ja, Mann Nicht du, Alter Wie mein Big Smokes geiler Mutti einfach nur geil finden kann, verstehe ich Alter, den Maul jetzt Ey Sebastian, ich würd dann hier, oh lolololololololololololol Wenn du die geil findest, ne, dann solltest du echt zum Arzt gehen Alter, was bist du für ein krankes, gestörtes Kind, ich rede von dem Gebauten, was Yuva je gemacht hat Erstens, ich bin kein Kind Ja, okay, erwachsener Mann Gestörter Erwachsene Besser? Wir brauchen jetzt hier Unseren Ganz viel Huhn Wir müssen ja jetzt ein bisschen mal aufräumen Was? Huhn? Oh nein Also ich würd mal sagen, die Aufnahmesächen können wir mal beenden Ohne Team ist ja auch langweilig Huhn? What the fuck? Ich will jetzt mal ein bisschen aufräumen jetzt Welche Italien soll als erstes was haben? Huhn? Was? Was soll als erstes kommen? Wie was soll als erstes kommen? Den Funio Ist doch scheiß egal, wir schütten einfach überall alles so rein So wie immer Wir machen doch eh ne, wir machen eh nichts andres Das war jetzt ein Face. Sebastian! Keine Verschwendung! Überhaupt keine Verschwendung! Kürzlich. Hast du Glas gar nicht mehr? Ne, ich hab Glas geschmolzen und hab gefarmt und hab wieder geschmolzen und hab noch immer keins. Warte, ich farm noch immer. Ich farm noch ein bisschen mehr. Aber wir haben hier keinen... Ah doch, wir haben da hinten Wüste, genau. Ich hab kein Essen mehr. Aha, ich verhungere. Gleich wärst du getötet. Da hinten ist das Ende der Welt. Auch am Ende der Welt. Oh, das Zuckerrohr. Brauch ich. Oder wir könnten das Zuckerrohr gebrauchen. Hallo, hört mich noch einer? Ja. Ja, ich werd jetzt doch zu. Okay, gut. Ich wusste nicht, ob ihr mich hört. Ich höre auch zu. Yay. Ich bin der Stillschweigende. Achja, Sebastian, an Weihnachten kommt erstmal der fette 2000 Euro Gamer-PC auf den Tisch. Und dann könnten wir auch auf dem PC gescheit sagen und so. Ach so, ach so. Ach so, ach so. Ich hab schon alles mit meiner Mom ausgemacht. Sie hat gesagt, wenn die Saison jetzt bei mir im Sportjahr, Golfen, ähm, gut verläuft, Gibt ihr noch was dazu an Weihnachten? Und wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, muss ich alles mit meinem Geld selber kaufen. Aber... Ich hab genug, ich hab genug. Ich hab doch an... Ich hab doch... Ich hab doch's aner... Ähm. Ah. Ja. Äh. Hat jemand Essen? Weil ich hab noch immer kein Essen. Ich hab grad schon was bauen. Und ich hab noch ein Stück noch... Schweinefleisch. Äh, Lucky, hast du noch Fleisch? Ja, hab ich. Werfen wir mal bitte raus oder so. Äh, rohes Hühnerfleisch. Ja, gib mir einfach alles, ich schmelz. Schweinefleisch hier. Ja. Gib mir auch mal was gebratenes danach, wenn du fertig bist. Ich brauch auch nicht mehr so viel. Ja, ja. Ja, ja, heißt, leck mich am Arsch, das weißt du noch. Nein, was soll ich das wissen? Ja, weiß ich jetzt. Wo ist denn jetzt das... Hä? Holy shit, wo ist denn jetzt das Ding hin? Hat irgendjemand den ganzen Sand weg? Echt? Sand. Ich hab gerade in... Sand. Sand. Ich hab kein Sand. Gar nicht. Kein Alol. Äh? Wo ist der hin? Boah, ist der nicht hier in der Truhe schon. Ne, ne, ich hab alles... Ehhhhhhhhh... Ehhhhhhhhh... Psst. Komisch, egal. Schade, meine Axt ist auch kaputt. Auf jeden Fall, wenn man selbst erfarmt das Eisen. Lucky, da liegt Fleisch für dich. Habe es ein. Loll, what the fuck? Lucky, geht mir vor dauerlich. Nein, nicht. Geht das oder geht das nicht? Das sieht geil aus. Richtig, porno. Wenn du noch Glas brauchst, ich hab noch so viel Glas. Acht Stück. Ja, im Ofen ist noch ein Stack drin. Also, keine Sorge, keine Sorge. Lucky, mach die Direktür zu dann. Hä, jetzt ist wieder Sand drin. Hä? Ich hab hier 20 Sand oder so reingemacht. Jetzt ist auf einmal 33 drin. Lucky? Ah, jemand hat einen Samen. Jemand hat Samen gespendet. Warum? Ja, aber ich brauch ja Samen, weil ich ne Weed Farm mach. Und, ja. Komm mal runter. Voll reingucken, was da alles drin ist. Ich helfe dir mal beim Verlagern. Bin doch schon fast. Ja, ich gleich. Die eine Etage ist genug für Cobblestone. Laber nicht. Doch. Da machen wir auch Erde rein, ne? Erde-Netz. Hier ist doch schon Cobblestone drin. Guck doch rein. Wo Kraft dann siehst du's? So, komm mal her, Sebastian. Wo bist du? Ach unten. Bei einer Kiste. Wie kann man denn, ähm, Spitzhacken herstellen? Der Werkbench. Guck mal. Wie viel Erde ich da jetzt rein tu. Alter Schöne. Wer geht denn in meine Antwort? Die Verarschen. Werkbench. Die Werkbench, die, äh, wo ist er? Hier, steht einer. Hier. Ich will eine selber herstellen. Achso. Ähm, auf X drücken. Auf X drücken und dann brauchst du halt vier Holz. Vier Holz. Denke ich dir. Ne, eins will ich behalten. Nein. Da ist noch Eisen drin. Eisen. Kommt zu Eisen. Gravel, 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 Gravel. Äh, gemerkt, es geht ja, das wollte ich gerade nehmen. Achso. Doch. Gravel gehört zu Skobblestone noch dazu eigentlich. Ja, geht. Was macht diese Scheiß... ...oder ne Luffy macht. Du hast das Gravel nicht mal eingesammelt. Passt nicht. Sag, gib mir Skobblestone sammelst da nicht einen. Habst du auch einen gesammelt eigentlich? Nein. Ich hab doch noch den Stack in meinem Ding. Rückschläge ihn hier rein. Als Beweis. Ja, Gewehr. Ist der runtergefallen? Oder hast du ihn? Ja, so. Kein, da ist er runtergefallen. Geweiß. Ja, der hat er jetzt runtergefallen. Da hat auch was ganz anderes runter. Was ist das? Kotz, Kotz. LOL. Oh, was war das denn da alles? LOL, unser... LOL. LOL. Was hat Lucky zu mir gemacht? LOL. Lucky, du bist der Boss. Du bist der Boss, Lucky. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Hast du mir irgendwie verärgert? Nein, ich war was gerade am gucken, was... mit herstellen. Ja, draußen... Ich hab wirklich nichts gemacht. Ey, warum... Ja, weg. Jetzt sind meine ganzen Sachen weg. Ja. Alles gefixt, Lucky, keine Sorge. Keine Sorge, so schlimm war es nicht. Alles weg. Das kostet aber. Ja, die wollte ich gerade in den Satz nicht machen. Ah, damit ich mir ein bisschen Leute aufbauen. Auf der anderen Seite kann ich nur noch von der Satz nicht machen. Ah, genau, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wenn du Leder machen wolltest. Leder... Jetzt lass doch nicht die Dreckstür offen, Mann. Wer lässt denn hier unter die Tür offen? Ich denke. Ich auch nicht. Wo ist Leder? Ach, da... Ich mach mal ein paar Tösch... Äh... ...Betten... ...Boden wieder. Was machst du? Äh, hast du Holz? Ich hab Holz, okay. Ich hab die letzten Holz für die Brunen jetzt. Ne, ich hab Holz, ich hab Holz. Scheiße, das klappt nicht. Nein! Was? Nö, das fliegt irgendwas runter. Lass dir, das fliegt irgendwas so runter, glaube ich. Ich bin nicht bis eine Etage. So, komm, was ich für dich gemacht hab, Sebastian. So, komm, was ich für dich gemacht hab, hallo, ja. Was? Da kannst du die Items reinluchen. Da kannst du dieses... Da kannst du die markieren, wenn du willst. Ach so. Nur wenn du's willst. Ich hab's extra für dich gemacht. Erfick. Nix, trenne. Mach doch grad Sachen rein. Jo. Wollen wir irgendwie eine Sache... Hm. Ja, Jova, Jova. Äh? Umher. Umher. Ja, sei. Ja, ich mach auch mit. Drehn der Texturen. So, lassen wir mal. Na. Brauchen Holz mal wieder. Scheiße, Alter. 0 Uhr 9.20, Junge. Chill out, Bro. Chill out. Oh, 2, 4, 4, 3. Lucky, was machst du? Warum hast du dich abgerissen? Das sollte nicht abgerissen werden. Ja, genau. Ja, genau. Aber egal, Lucky kann sich den bauen. Klage, also System. Übertrieben, oder? Ja, ja, okay. Jova, wissen wir halt Menschen der Ordnung. Hey, das sagt man nicht. Nein, eine Aufnahme habe ich nicht. Nein, scheiße, sagt man nicht. Das macht man. Oh, so. Du bist so. Ja, Mann. Dem Marschallin drauf achten. Ich glaube, die nächste Kiste. Wir verstehen nur Steinstufen. Machen wir eine Seltenheitstruhe allgemein oder Redstone, Lapis und so? Ich habe jetzt schon in eine, eine rein, in all ein was reingetan. Aber Leute, ich denke, ich gehe jetzt mal langsam schlafen. Ich bin müde. Ich wünsche allen Zuschauern noch eine gute Nacht. In dem Moment, Lucky, die Folge kommt heute, die kommt jetzt nicht online. Keine Folge. Ja, nicht jetzt. Die kommt bestimmt so, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, kommt so morgens raus. Ich meine ja nur, für uns ist es jetzt 0.31 Uhr, bin seit 5 Uhr heute Morgen wach. Ja, ich auch. Also, um 5 Uhr morgens, ja. Ja, locker, easy. Ja, locker, easy. Nee, ich habe ein bisschen zu wenig Schlaf. Entschuldigung. Ey. Ey. Warte mal, wir machen gleich. Hi. Was ist das? Noch ein? Ey. Er schlägt mich und rennt dann weg. Eigentlich voll cool, oder? Ach nee, das ist der Falsche. Scheiße. Stürzen, Lucky. Nein, ich habe nicht mehr viel Energie. Warte, warte. Warte, Burgen Power. Komm mal her, Lucky. Komm, Lucky. Das war jetzt ein cooles, knappes Duell, oder? Ja, auf jeden Fall, weil ich nichts gemacht habe am Anfang. Weil du alle so rumsternst, einfach nur. Alter, wie viel? Ey, ich habe keine Waffe, das ist unfair, du Pisser. Bö. Aber okay, ich sage gute Nacht. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß beim Anschauen. Wie viele Skilette da drin sind? Nein, ich doch. Warte, ich helfe dir die mal zu töten. Alter, ich wollte die XP-Farm, yo. Bittest du sie so gut, wie ich sie gebaut habe, Sebastian? Ja. Warum schlägst du die eigentlich von hier unten? Oh, sorry. Ich habe sie dann wieder beigetreten. In der Ba... In der... Jetzt war es. Ich habe rausgeflogen. Musik